Aus der Lutherbibel von 1880, die andere Epistel St. Pauli an die Korinther. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus, der Gemeinde Gottes zu Korinth, samt allen Heiligen in ganz Achaja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Der uns tröstet in all unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zu gut. Ist es Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld, dermaßen wie wir leiden. Ist es Trost, so geschieht es euch auch zu Trost und Heil. Und stehet unsere Hoffnung fest für euch, die weil wir wissen, dass, wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also, dass wir uns auch des Lebens erwägten. Und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stelleten, sondern auf Gott, der die Toten auferwecket, welcher uns von solchem Tode erlöset hat und noch täglich erlöset und hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf das über uns, für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Danks geschehe. Denn unser Ruhm ist der, nämlich das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt gewandelt haben, allermeist aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anders, denn das ihr leset und auch befindet. Ich hoffe aber, ihr werdet uns auch bis an das Ende also befinden, gleich wie ihr uns zum Teil befunden habt. Denn wir sind euer Ruhm, gleich wie auch ihr unser Ruhm seid, auf des Herrn Jesu Tag. Und auf solches Vertrauen gedachte ich jedes Mal zu euch zu kommen, auf das ihr aber mal eine Wohltat empfinget. Und ich durch euch in Mazedonien reisete, und wiederum aus Mazedonien zu euch käme, und von euch geleitet würde in Judäa. Habe ich aber eine Leichtfertigkeit gebraucht, da ich solches gedachte? Oder sind meine Anschläge fleischlich? Nicht also, sondern bei mir ist Ja, Ja, und Nein ist Nein. Aber, oh, ein treuer Gott, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt ist, durch mich und Silvanum und Timotheum, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu lobe durch uns. Gott ist es aber, der uns befestigt, samt euch in Christum, und uns gesalbet, und versiegelt, und in unsere Herzen das fand, den Geist gegeben hat. Ich rufe aber Gott an zum Zeugen auf meine Seele, dass ich euer verschonet habe, in dem, dass ich nicht wieder gen Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr stehet im Glauben. Ich gedachte aber solches bei mir, dass ich nicht aber mal in Traurigkeit zu euch käme. Denn so ich euch traurig mache, wer ist, der mich fröhlich mache, ohne der da von mir betrübet wird? Und dasselbe habe ich euch geschrieben, dass ich nicht, wenn ich käme, traurig sein müsste, über welche ich mich billig sollte freuen. Sintemal ich mich des zu euch allen verstehe, dass meine Freude euer aller Freude sei. Denn ich schrieb euch in großer Trübsal und Angst des Herzens, mit vielen Tränen. Nicht, dass ihr sollt betrübt werden, sondern auf das ihr die Liebe erkennet, welche ich habe sonderlich zu euch. So aber jemand eine Betrübnis hat angerichtet, der hat nicht mich betrübet, ohne zum Teil, auf das ich nicht euch alle beschwere. Es ist aber genug, dass derselbe von vielen also gestrafet ist, dass ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebet und tröstet, auf das er nicht in allzu großer Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, dass ich erkennte, ob ihr rechtschaffend seid, gehorsam zu sein in allen Stücken. Welchen aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemanden, das vergebe ich um euretwillen an Christi statt, auf das wir nicht übervorteilet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Da ich aber Gentroas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titum, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus in Mazedonien. Aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo und offenbaret den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi, beides unter denen, die selig werden, und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hier zu tüchtig? Denn wir sind nicht wie etlicher viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. Heben wir denn aber mal an, uns selbst zu preisen? Oder bedürfen wir wie etliche der Lobbriefe an euch oder Lobbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen. Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unser Predigtamt zubereitet und durch uns geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Ein solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Steine ist gebildet, Klarheit hatte? Also, dass die Kinder Israels nicht konnten ansehen das Angesicht Moses, um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhöret? Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben? Denn so das Amt, das die Verdammnispredigt Klarheit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt, überschwängliche Klarheit. Denn auch jenes Teil, das verkläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieser überschwänglichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, welche in Christo aufhöret. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn es aber sich bekehrete zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verkläret in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Horch! Neue, heitere Jugend! Wegen eurer tierischen Verbildung ist euer Dasein eine ewige Qual. Denn ihr bereitet einander Herzeleid. Nicht ohne Grund heißt es in Jesaja, Kapitel 48, Vers 22, für die Bösen aber gibt es kein Frieden. Deswegen legt eure verderbliche Bildung ab und nehmt ewige Bildung an, um Frieden zu finden. Blödsinn! Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei